Unsere Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters, weil wir damit letztendlich alles bezahlen, was wir im Internet an kostenlosen, scheinbar kostenlosen Diensten zur Verfügung gestellt bekommen. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, alle möglichen Internetangebote und selbst in Versandhandel, selbst bei Online-Shops ist es mittlerweile so, dass wir eben, wenn wir unsere Daten preisgeben, deutlich günstigere Produkte bekommen und vor allen Dingen auf uns zugeschnittene Produkte. Und das kann auch natürlich dahin führen, dass wir negativ Konsequenzen erfahren, zum Beispiel einen teureren Versicherungsvertrag oder einen teureren Kredit bekommen.